Polizeiberichte Berlin 11. August 2024 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Rettungssanitäterin rassistisch beleidigt. Polizeimeldung vom 11.08.2024 Charlottenburg-Wilmersdorf Nummer 1646 Heute früh wurde in Charlottenburg eine Rettungssanitäterin im Einsatz rassistisch beleidigt. Ein 32-Jähriger alarmierte die Feuerwehr gegen 4 Uhr zu einem Hotel am Kurfürstendamm, nachdem seine 20-jährige Lebensgefährtin nach Alkoholkonsum das Bewusstsein verloren hatte und gestürzt war. Die junge Frau verweigerte allerdings die Behandlung durch die 26-jährige Rettungssanitäterin und beleidigte diese rassistisch. Daraufhin alarmierten die Rettungskräfte die Polizei hinzu. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei der 20-Jährigen ergab einen Wert von 1,6 Promille. Sie wurde in Begleitung ihres Lebensgefährten in eine Polizeidienststelle gebracht, wo ihr auf staatsanwaltschaftliche Anordnung Blut entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte sie ihrer Wege gehen. Die Ermittlungen wegen rassistischer Beleidigung führt der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030 4664-900 2.090 E-Mail E-Mail an pressestelle at polizei.berlin.de Bericht Mann niedergestochen Polizeimeldung vom 11.08.2024 Mitte Nummer 1647 Ein bislang unbekannter stach vergangene Nacht einen Mann in Mitte nieder. Zeugen bemerkten gegen 23.40 Uhr zwei Männer am Niedergang des U-Bahnhofes Janowitzbrücke an der Holzmarktstraße. Das Pärchen beobachtete, dass einer der Männer gegen den anderen eine Armbewegung ausführte, die sie als Stichbewegung deuteten. Kurz darauf sagte der getroffene Mann zusammen. Der Unbekannte flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte stellten bei dem angegriffenen 39-Jährigen eine Stichverletzung im Unterbauch fest. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht mehr. Die andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030-4664-900-2090 E-Mail-E-Mail an pressestelle-at-polizei.berlin.de Bericht, Notoperation nach Schlägerei. Polizeimeldung vom 11.08.2024 Mitte Nummer 1648. In der vergangenen Nacht wurde in Mitte ein Heranwachsender bei einer Schlägerei erheblich verletzt. Kurz vor Mitternacht kam es nach bisherigen Erkenntnissen an den Wasserkaskaden an der Panoramastraße zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 18-Jährigen und einer Gruppe aus ca. fünf jungen Männern. Als Passanten eingriffen, entfernte sich die Gruppe zunächst, kehrte aber kurz darauf mit Verstärkung sowie Holzlatten, Glasflaschen und Pfefferspray zurück. Ein hinzugealter weiterer 18-Jähriger wurde mit einer Holzlatte mehrfach auf den Kopf geschlagen und dabei lebensbedrohlich verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er nach mehreren Schädelfrakturen notoperiert werden musste. Auch die beiden an der ursprünglichen Auseinandersetzung beteiligten 18-Jährigen wurden durch Reizgas sowie Schläge und Tritte verletzt. Einer der beiden wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt, der andere bedurfte keiner. Behandlung Die bislang unbekannten Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, City. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030-4664-900-2090 E-Mail-E-Mail an pressestelle-at-polizei.berlin.de Bericht Transfeindlich beleidigt und geschlagen Polizeimeldung vom 11.08.2024 Tempelhof Schöneberg Nummer 1649 In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde eine 60-Jährige in Schöneberg transfeindlich beleidigt und geschlagen. Die 60-Jährige wandte sich gestern gegen 23.45 Uhr an die Besatzung eines vorbeifahrenden Streifenwagens und zeigte an, dass der bislang unbekannt gebliebene Tatverdächtige sie gegen 2.30 Uhr auf der Frobenstraße transfeindlich bepöbelt, so wie sie ins Gesicht und auf die Brust geschlagen habe. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030 4664-9090 E-Mail E-Mail an pressestelle at polizei.berlin.de Bericht Reifen eines Polizeifahrzeuges zerstochen Polizeimeldung vom 11.08.2024 Pankow Nummer 1650 In der vergangenen Nacht nahmen Polizisten in Prenzlauer Berg ein Mann fest. Zeugen beobachteten den 46-Jährigen dabei, wie er gegen 22.40 Uhr, während sich die Besatzung des Einsatzwagens bei einem Einsatz in einem Wohngebäude an der Schönhauser Allee befand, einen Reifen des Polizeifahrzeugs zerstach und machten die Einsatzkräfte darauf aufmerksam. Die nahmen den Tatverdächtigen anschließend in der Nähe fest. Da er stark nach Alkohol roch, fragten ihn die Beamten nach einem freiwilligen Atemalkoholtest, den er jedoch ablehnte. Anschließend brachten sie ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung und zur staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der 46-Jährige seiner Wege gehen. Die Ermittlungen wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030-4664-900-2090 E-Mail-E-Mail an pressestelle-at-polizei.berlin.de Bericht Einsatzkräfte mit Laser geblendet Polizeimeldung vom 11.08.2024 Mitte Nummer 1651 Ein Mann blendete vergangene Nacht Einsatzkräfte im Stadtteil Gesundbrunnen mit einem Laser. Gegen 2.30 Uhr waren die Fahnder eines Polizeiabschnittes mit ihrem Einsatzfahrzeug auf der Schwedenstraße unterwegs, als sie von einem starken grünen Lichtstrahl geblendet wurden. Der Fahrer des Einsatzwagens erschrak und verriss das Lenkrad des Wagens. Im letzten Augenblick konnte er jedoch eine Kollision mit einer Mittelinsel verhindern. Als Verantwortlichen für den Lichtstrahl konnten die Einsatzkräfte einen 30-Jährigen auf der Kreuzung Badstraße-Schwedenstraße-Exerzierstraße ausmachen und ihn festnehmen. Nach rechtlicher Belehrung gab er einen sogenannten Laserpointer heraus, den die Besatzung beschlagnahmte. Anschließend durfte er seiner Wege ziehen. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr sowie der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030 4664-9090 E-Mail E-Mail an pressestelle at polizei.berlin.de Bericht Cabrio geraubt Polizeimeldung vom 11.08.2024 Tempelhof Schöneberg Nummer 1652 Eine Probefahrt mit einem Luxusauto endete gestern Nachmittag in Lichtenrade mit dem Raub des Fahrzeugs. Der 65-jährige Besitzer des Cabriolets hatte sich mit einem Kaufinteressenten zur Probefahrt verabredet. Als diese kurz nach 15 Uhr auf der Augsburger Straße beendet war, soll der vermeintliche Kaufinteressent dem Besitzer ein Messer vorgehalten und ihn so zur Herausgabe des Autoschlüssels gezwungen haben. Außerdem soll er den 65-Jährigen geschlagen und getreten haben und anschließend mit dem Wagen geflüchtet sein. Der 65-Jährige wurde leicht am Arm verletzt, brauchte aber keine medizinische Behandlung. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4, Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030 4664-9090 E-Mail-E-Mail an pressestelle-at-polizei.berlin.de Bericht Nationalsozialistischen Gruß gezeigt Polizeimeldung vom 11.08.2024 Friedrichshain-Kreuzberg Nummer 1653 Einen sogenannten Hitlergruß zeigte ein Mann vergangene Nacht im Kreuzberg. Gegen 2.45 Uhr gingen auf der Friedrichstraße Streitigkeiten zwischen dem späteren Tatverdächtigen und weiteren Passanten vonstatten, auf die Polizistinnen und Polizisten aufmerksam wurden. Auf dem Gehweg trafen die Einsatzkräfte auf einen betrunkenen 18-Jährigen und boten diesem, ob seiner Trunkenheit, Hilfe an. Diese Hilfe lehnte der Tatverdächtige ab und hob stattdessen seinen rechten Arm zum sogenannten Hitlergruß. Mit zwei Fingern deutete er zudem ein sogenanntes Hitlerbärtchen an. Die Einsatzkräfte hielten den 18-Jährigen daraufhin an, stellten seine Identität fest und belehrten ihn rechtlich. Zur Durchführung einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme und eines Anschlussgewahrsams bis heute 11 Uhr brachten sie ihn anschließend in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen führt der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Polizei Berlin Pressearbeit Platz der Luftbrücke 612.101 Berlin Tel.doppelpunkt und NBSP 030 4664-900-2090 E-Mail E-Mail an pressestelle at polizei.berlin.de